Hallo zusammen und willkommen. Sie ist in jedem deutschen Supermarkt vorhanden und wir alle haben sie bereits hunderte Male gegessen. Gemeint ist natürlich die Gurke. Klar, dass das Gemüse nicht gerade auf uns wie ein Superfood wirkt. Dabei stecken in der Gurke extrem viele gesunde Inhaltsstoffe, die sie durchaus als ein solches Superfood qualifizieren würden. Aber Gurken sind nicht nur äußerst gesund, sondern auch verdammt lecker und ganzjährig erhältlich, da sie sehr einfach anzubauen und zu ernten sind. Du fragst dich, warum die Gurke definitiv auf jeden guten Speiseplan gehört? Dann bleib dran! Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Zurück zum Thema. Die Gurke hat enorm viele Vorteile für deine Gesundheit. Zunächst einmal enthält das Gemüse viel Antioxidantien. Kurz gesagt helfen diese vielen Erkrankungen vorzubeugen. Unter anderem verringern sie das Risiko von Herzerkrankungen erheblich. Aber auch auf das allgemeine Immunsystem haben Antioxidantien eine positive Wirkung und helfen dir weniger oft krank zu werden. Gurken enthalten weiterhin viel entzündungshemmende Stoffe. Diese helfen nicht nur dabei, sichtbare und unsichtbare Entzündungen im Körper zu bekämpfen. Es wird auch oft angenommen, dass diese für die Gehirngesundheit förderlich sind und die Gedächtnisleistung unterstützen. Dadurch, dass Gurken zu einem großen Teil aus Wasser bestehen und auch der Körper zu über 90% aus Wasser besteht, hilft das Gemüse dabei, den Körper hydriert zu halten. Perfekt übrigens, um einem Kater vorzubeugen. Wie bereits angesprochen, nimmst du mit der Gurke viele gute Nährstoffe zu dir. Konkret sind dies vor allem Vitamin C, Beta-Carotin und Polyphenol. Vitamin C wird den meisten Menschen ein Begriff sein, ist es doch das bekannteste Vitamin und für ein gutes Immunsystem von zentraler Bedeutung. Beta-Carotin kann im Körper zu Vitamin A verwertet werden und dient unter anderem dem Aufbau von Schleimhäuten und Hautzellen. Polyphenol wiederum wird nachgesagt, dass es das Risiko für verschiedene Arten von Krebs senkt. Unter anderem für Brustkrebs, Eierstockkrebs oder Gebärmutterkrebs. Auch Kalium ist in Gurken enthalten, welche gut für deine Herzgesundheit sind. Das sind natürlich alles tolle und gesunde Eigenschaften der Gurke, aber sie hat auch ein paar direkte Vorteile, die sich direkter bemerkbar machen. Erstens, man sagt Gurken nach, dass sie einen guten Atem machen. Dazu musst du einfach nur ein paar Gurkenscheiben in den Mund nehmen und ganz langsam aufessen. Zweitens und vielleicht am wichtigsten. Gurken machen schlank. Durch die vielen Nährstoffe sind sie gesund und sättigend, haben aber gleichzeitig extrem wenig Kalorien. 100 Gramm Gurke haben gerade einmal 12 Kalorien, also praktisch nichts. Das perfekte Gemüse also für eine Diät. Unser Fazit. Die Gurke ist ein wahres Wundermittel, welches günstig und einfach zu bekommen ist und du unbedingt öfter genießen solltest. Egal ob in einer Diät oder einfach wegen der vielen gesunden Nährstoffe, das Gemüse ist ein wahres Superfood und gehört in jeden Kühlschrank. Und bei den unendlichen Anwendungsmöglichkeiten wird es dir sicher auch nicht schwer fallen, ab und zu mal eine Gurke mehr in den Speiseplan einzubauen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.